Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal das Thema Ungeduld. Ja, kennt bestimmt jeder. Man hat sich bei wo auch immer eine Kolonie bestellt, hat gerade auf kaufen ein Button gedrückt, gerade auf bezahlen. Man hätte sie am liebsten schon. So, das ist wirklich dieses, sondern bekommt man die, dann handelt man nachher unüberlegt, wenn man dann irgendwie so in Euphorie ist und ja so in Rage, sag ich mal. Lasst euch da Zeit, lasst den Ameisen vor einigen Zeit. Quiet sie nicht aus ihrem Reagenzglas raus mit Lichtbescheinungen oder sonstigen Scheiß, was ich da schon gehört habe. Nur damit sie dann in ihr ursprüngliches richtiges Nest gehen, in ihr Erdnest oder was auch immer die Leute denn da vorgesehen haben. Ähm, ich war selbst am Anfang sehr, sehr ungeduldig, ähm, hab mittlerweile aber gelernt, die Tiere einfach machen zu lassen. Und umso weniger man eingreift, ähm, umso besser funktioniert das auch. Ja, die wissen, was sie zu tun haben, so wir nicht. Gut, einige schon. Ich bin da eher noch der Noob, aber jedenfalls lasst die Tiere einfach walten und ja, übt euch in Geduld. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.